Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Albumcover für ein interaktives Mini-Album basteln könnt. Das Basteln des Albumcovers ist nämlich der erste Schritt von insgesamt fünf Schritten, um ein interaktives Mini-Album zu basteln. Und ich bastel meine interaktiven Mini-Alben immer nach so einem Mix-and-Match-System, bei dem ihr aus bis zu 50 verschiedenen interaktiven Seiten auswählen könnt, welche Seiten ihr in eurem Album benutzen wollt. Diese könnt ihr dann ganz beliebig kombinieren und auch dekorieren. Aber für mehr Informationen zu dem System und auch was ihr dafür braucht, empfehle ich euch auf jeden Fall dieses Informationsvideo, das ich einmal hier oben rechts verlinke und ihr findet es selbstverständlich auch in der Infobox. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schlage ich vor, dass ihr euch das zuerst anguckt, bevor ihr mit diesem Video hier weitermacht. Und damit würde ich dann jetzt auch mit dem Video für heute starten. Und wie gesagt, ist das der erste Schritt, um dieses interaktive Album zu basteln. Aber ihr müsst euch natürlich vorher schon für eine Albumgröße entschieden haben. Und dann könnt ihr mit der entsprechenden PDF-Anleitung und den dazugehörigen Schablon für die Größe, die ihr gewählt habt, direkt loslegen. Und zwar, indem ihr natürlich als erstes die Musterpapiere, den Cardstock und die Graupappe entsprechend der Maßangaben in der PDF-Anleitung richtig zuschneidet. Und damit ihr dieser Videoanleitung noch besser folgen könnt, empfehle ich euch beim Zuschneiden jedes Element mit dem richtigen Buchstaben zu beschriften. Die Bezeichnung für die Elemente findet ihr ebenfalls in der PDF-Anleitung und auf den Schablon. Einige der Cardstock-Elemente müssen nicht nur zugeschnitten, sondern auch gefalzt werden. Wenn ein Cardstock-Element gefalzt werden muss, dann findet ihr dazu die Information direkt neben den Maßangaben. Und zwar ist die Seite, an der gefalzt werden muss, immer entsprechend fett markiert. Zusätzlich könnt ihr aber auch die Schablonen verwenden. Anhand dieser Schablonen könnt ihr nämlich ganz genau sehen, wie euer Cardstock aussehen muss, das heißt, wie es gefalzt und zugeschnitten werden muss. Und nachdem alle Elemente zugeschnitten und gefalzt wurden, können wir jetzt damit anfangen, unser Album-Cover zusammenzubasteln. Als erstes braucht ihr die Cardstock-Elemente C und D. Vielleicht wollt ihr an dieser Stelle nochmal sicherstellen, dass ihr die wirklich korrekt beschriftet habt. Und zwar ist das Cardstock-Element D etwas länger als Cardstock-Element C und sollte jetzt auf eurer rechten Seite liegen. Dann braucht ihr Tape in der Breite von einem halben Inch. Und das Tape klebt ihr dann entlang der rechten Seite von Cardstock-Element C. Achtet darauf, dass ihr das wirklich von Seite zu Seite klebt. Also es kann auch gerne ein bisschen drüber hängen, das können wir gleich abschneiden. Ja, ich habe das hier nicht so perfekt gemacht, zumindest am Anfang. Und fürs Ende, wenn ich mein Tape abreißen will, benutze ich immer irgendein Lineal oder jetzt hier mein Falzbein, um das Ganze runter zu drücken und dann einfach nach oben hin abzureißen. Mit dem Falzbein könnt ihr das dann auch nochmal gut glattstreichen, bevor ihr die Schutzfolie von dem Tape komplett abzieht. Und dann wird die linke Seite von dem Cardstock-Element D auf dieses Tape auf Cardstock-Element C geklebt. Hier müsst ihr aufpassen, dass es wirklich gerade aufklebt. Also ich halte es immer erstmal wirklich hoch, sodass es nirgendwo haften bleibt. Dann klebe ich erstmal nur die untere Ecke von Cardstock-Element D auf die untere Ecke von Cardstock-Element C und dann kann ich, wenn das schon festklebt, wirklich einfach ganz vorsichtig das mit diesem Tape-Rand ausrichten, bevor ich es komplett runter drücke. Als nächstes brauchen wir die Graupappen-Elemente und zwar brauchen wir als erstes das erste Graupappen-Element A und dann benutze ich sehr gerne so ein Hilfswerkzeug. Das ist von Craftelier, also aus dem Online-Shop und das kommt in einem Set und ihr werdet gleich auch noch die anderen Werkzeuge aus diesem Set sehen. Und ja, ich kann euch das wirklich nur empfehlen, wenn ihr das noch nicht habt. Also gerade zum Basteln von dem Album-Cover ist das wirklich optimal geeignet und ich würde es eigentlich nie ohne machen. Falls ihr dieses Werkzeug aber nicht da habt, dann könnt ihr auch einfach mit dem Lineal, ihr seht jetzt hier gerade, dieses Werkzeug ist dreiviertel Inch breit, also könnt ihr auch einfach mit dem Lineal auf eurem Cardstock hier einzeichnen, sodass ihr quasi ein dreiviertel Inch-Rand an allen Seiten habt. Aber wie gesagt, ich verwende jetzt hier das Werkzeug und ich nehme jetzt einfach mein Shippard-Element A und platziere ganz viel Kleber auf die Rückseite. Achtet darauf, dass ihr hier wirklich einen guten, starken Kleber verwendet und nicht zu wenig Kleber benutzt. Und ich würde euch hier auf jeden Fall Flüssigkleber anstelle von Tape, also Klebeband empfehlen, weil ihr hier einfach mit dem Flüssigkleber noch ein paar Sekunden Zeit habt, um das Ganze in die richtige Position zu schieben. Und zwar lege ich das jetzt einfach an meinem Werkzeug an und ich kann dann das Werkzeug und auch das Chipboard noch ein bisschen verschieben, sodass ich dann auch wirklich einen geraden Rand, wie gesagt, von dreiviertel Inch um mein Shippard-Element herum habe. Nachdem ihr hier dieses erste Shippard-Element A aufgeklebt habt, könnt ihr dann nochmal mit einem Falzbein das Ganze feststreichen, damit es auch gut klebt. Dann verwende ich auch schon das zweite Werkzeug aus diesem Werkzeugset von Kraftelier zum Binden von Alben. Und zwar ist das dieses T-förmige Lineal hier, also dieses schmale Lineal. Das ist ungefähr einen Viertel Inch breit. Ihr könntet also auch hier wieder alternativ einfach einen Viertel Inch breit eine Linie vom Cardstock, also zwischen dem Cardstock-Element A und dem Cardstock-Element B einzeichnen, sodass ihr die nicht direkt nebeneinander aufklebt, sondern halt eben diesen Abstand dazwischen habt. Und dann klebe ich mit meinem Flüssigkleber auch das zweite Cardstock-Element, also Cardstock-Element B, direkt an dem Werkzeug hier auf. Das heißt, ich schiebe wirklich mit dem Cardstock-Element B einfach ein bisschen nach links gegen das Werkzeug, sodass sich das alles in die richtige Position schiebt. Und mit diesem L-förmigen Lineal überprüfe ich dann auch wieder, ob das alles gerade liegt. Ihr solltet aber da keine Probleme haben, wenn ihr das wirklich gerade zugeschnitten habt. Und selbst wenn es nicht hundertprozentig ordentlich und gerade ist, ist das für dieses Album-Cover auch nicht weiter schlimm. Dann können wir das zweite Chippard-Element A aufkleben und auch hier verwende ich erstmal dieses T-förmige Lineal als Abstand zwischen B und dem zweiten Cardstock-Element, Chippard-Element A. Aber wie ihr sehen könnt, schiebe ich auch nochmal ein drittes Werkzeug zwischen dem ersten Chippard-Element A und B, einfach damit sich das nicht verschiebt. Also es kann sein, dass der Kleber hier noch nicht ganz trocken ist, je nachdem welchen Kleber ihr auch verwendet. Und dann wollt ihr natürlich nicht, dass ihr jetzt mit dem dritten Chippard-Element auch das zweite noch verschiebt. Jetzt braucht ihr auch hier wieder euren Flüssigkleber und dann könnt ihr dieses Chippard-Element aufkleben und zwar, indem ihr das auch wieder gegen das Werkzeug und gegen das Chippard-Element B schiebt. Dann streiche ich den Chippard, beziehungsweise die Graupappe mit meinem Falzbein hier noch gut fest. Ihr könntet an dieser Stelle die ganze Konstruktion jetzt auch einmal umdrehen und einfach den Cardstock von der anderen Seite nochmal gegen die Graupappe streichen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber würde ich euch vielleicht an dieser Stelle empfehlen. Für den nächsten Schritt braucht ihr Klebeband und zwar in der Breite von am besten 5,8 Inch, also ein bisschen kleiner als 3,4 Inch und dann könnt ihr dieses Klebeband ganz einfach um diese Chippard-Konstruktion, also auf dem Cardstock-Rahmen aufkleben. Und zwar auch hier wieder von Seite zu Seite, aber hier ist es jetzt nicht so wichtig, dass es wirklich bis ganz in die Ecke geht, weil wir die Ecken gleich eh noch abschneiden. Da, wo sich aber zwei Klebebänder quasi treffen, also von der rechten Seite und dann von der unteren Seite jetzt hier zum Beispiel, solltet ihr darauf achten, dass ihr das wirklich ohne Lücke aufklebt. Warum, erkläre ich euch gleich nochmal. Nachdem ihr alle Seiten mit dem Klebeband bedeckt habt, würde ich euch auch wieder empfehlen, hier mit dem Falzbein das Ganze nochmal gut festzustreichen. Und jetzt brauchen wir das nächste Werkzeug aus diesem Werkzeug-Set und zwar ist das hier dieses Werkzeug, um die Ecken zuzuschneiden. Und das könnt ihr ganz einfach auf die Ecken legen und dann habt ihr wirklich den perfekten Winkel, in dem ihr eure Ecken abschneiden wollt. Ich verwende jetzt hier dieses Werkzeug und zeichne es dann mit dem Bleistift erstmal an. Und das mache ich natürlich für alle vier Ecken. Und dann könnt ihr mit der Schere diese angezeichneten Ecken einfach abschneiden. Falls ihr dieses Werkzeug jetzt nicht benutzt, könnt ihr auch einfach mit der Schere ungefähr in diesem Winkel eure Ecken abschneiden. Hier müsst ihr nur darauf achten, dass ihr nicht direkt an der Ecke von der Graupappe schneidet, sondern dass ihr immer noch so einen kleinen Abstand zwischen der Ecke der Graupappe und dann der Ecke oder abgeschnittenen Ecke, dem Rand des Cardstocks habt. Wenn ihr die Ecken nämlich zu nah an der Ecke der Graupappe abschneidet, dann habt ihr später beim Einschlagen des Covers das Problem, dass ihr diese Ecken, also die Graupappenecken noch so raus stehen habt. Deswegen achtet wirklich darauf, dass ihr hier diesen kleinen Abstand lasst. Bevor ich die Seiten jetzt umschlage, gehe ich hin und falte das Ganze erstmal vor. Das macht es dann einfach einfacher, das gleich mit Entfernung der Schutzfolie vom Klebeband auch wirklich gerade aufzukleben. Also das würde ich euch an dieser Stelle empfehlen. Lasst die Schutzfolie noch auf dem Klebeband drauf und knickt dann erstmal diesen Cardstockrand nach oben und dann könnt ihr nämlich auch euer Falzbein nehmen und diese ganze Konstruktion einfach aufstellen und dann wirklich von der Seite mit dem Falzbein diesen Cardstock an das Chippot drücken. Und das mache ich natürlich auch wieder für alle vier Seiten. Nachdem ihr jetzt alle vier Seiten vorgefalzt habt, könnt ihr anfangen und das Klebeband von der ersten Seite entfernen und ich fange dafür immer gerne mit der untersten langen Seite an. Und wie ihr sehen könnt, gehe ich jetzt auch nochmal mit meinen Fingern hier entlang der Kanten, bevor ich es aufklebe. Und dann fange ich an, das in der Mitte aufzukleben und halte es aber auch so an den Seiten ein bisschen runter und streiche dann mit meinem Falzbein von der Mitte nach rechts das Ganze glatt. Und zwar wollt ihr das mit so einem, ja, also ihr wollt die Kraft so nach rechts und links, aber dabei auch ein bisschen nach oben ziehen. Dem ihr dann die untere lange Seite aufgeklebt habt, könnt ihr die Schutzfolie von dem Klebeband auf der gegenüberliegenden Seite entfernen und dann auch wieder die Pappe oder den Cardstock auf die Graupappe kleben. Und wie gesagt, achtet darauf, dass ihr zuerst die Mitte festklebt und das dann nach außen hin und zwar mit einer Bewegung nach oben schön glatt streicht. Jetzt müssen natürlich noch die kurzen Seiten rechts und links aufgeklebt werden. Hierfür nehme ich euch jetzt mal ein bisschen näher dran, damit ihr wirklich sehen könnt, wie ich das mache. Und zwar entferne ich auch hier erstmal wieder die Schutzfolie. Bevor ihr das jetzt aber aufklebt, wollt ihr noch die Ecken so ein bisschen einklappen. Und das ist gar nicht so einfach, das gelingt mir auch mal mehr, mal weniger gut. Es ist auch nicht wichtig, dass das hundertprozentig, ja, perfekt ist, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr das vorher macht, um nicht so eine spitze Ecke hinterher zu haben. Und zwar nehme ich dafür einfach mein Falzbein und schiebe dann so diesen Cardstock von der Seite ein bisschen nach innen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr wirklich das komplett mit Klebeband bedeckt habt, weil so bleibt dann nämlich die Ecke auch auf dem Klebeband hier kleben. Und wie gesagt, mir gelingt das nicht immer optimal. Also hier ist es auch bei der ersten Ecke besser geworden als bei der zweiten. So sollte das Ganze dann aussehen. Also wirklich einfach mit irgendeinem Werkzeug mit dem Falzbein oder mit dem Lineal die Ecke so ein bisschen von außen nach innen drücken. Und dann könnt ihr diese Seite auch schon runterklappen. Und hier klebe ich auch wieder zuerst die Mitte auf und streiche es dann zu den Seiten hin fest. Und so sieht eure Ecke dann aus. Also es ist wirklich eine gerade oder, ja, schon einigermaßen runde Ecke auch und nicht diese ganz spitze Ecke, die ihr haben würdet, wenn ihr die Ecken nicht vorher einklappt. Genauso müssen wir es dann natürlich auch auf der gegenüberliegenden Seite machen. Also auch hier entferne ich wieder zuerst das Klebeband und verwende dann mein Falzbein, um die Ecken von außen nach innen zu schieben oder zu drücken und das Ganze auf dem Klebeband so ein bisschen fest zu kleben. Dann ist es einfach noch einfacher, das gleich umzuklappen. Und dann klebe ich auch hier wieder zuerst die Mitte auf und streiche das Ganze dann nach außen hin glatt und fest. Jetzt ist das Albumcover soweit fertig. Wir müssen das jetzt natürlich noch dekorieren. Dafür braucht ihr jetzt eure Musterpapiere A und B. Das erste Musterpapier A klebe ich jetzt hier auf die Vorderseite meines Albums. Also guckt wirklich, was soll eure Vorder-, was soll eure Rückseite sein. Das ist jetzt an dieser Stelle eigentlich noch nicht wichtig. Ihr könntet jetzt beide Seiten als Vorder- und Rückseite verwenden. Falls ihr aber zum Beispiel euch eine Ecke nicht besonders gut gelungen ist oder so, könntet ihr hier natürlich sagen, okay, das nehme ich jetzt lieber als Rückseite vom Cover. Und ich finde es einfacher, wenn dieses Cover gerade liegt. Also ihr könntet es entweder komplett ausklappen und dann euer Musterpapier aufkleben oder aber, so wie ich es jetzt hier mache, irgendwas zwischen, also in das Innere des Covers stellen. Ich benutze jetzt hier einfach ein paar Klebebänder übereinander und dann habe ich wirklich eine gerade Fläche, auf die ich mein Musterpapier kleben kann. Und zum Aufkleben benutze ich hier auch wieder Flüssigkleber, damit ich noch ein paar Sekunden Zeit habe, um mein Musterpapier in die richtige Position zu schieben. Und was ich euch auch immer empfehlen würde, wenn ihr irgendwas gerade aufkleben wollt, also ich stehe wirklich dann gerne beim Basteln auch mal auf, so dass ich wirklich von oben, ja, in einem richtigen Winkel auf mein Papier gucke und dann sehe ich auf jeden Fall besser, ob ich einen eben mäßigen, also einen geraden Rand um mein Musterpapier herum habe oder nicht. Jetzt müsst ihr natürlich das Gleiche für die Rückseite des Albums machen. Also auch hier braucht ihr wieder das Musterpapier, das ihr ausgewählt habt, und etwas Flüssigkleber und dann könnt ihr das auf die Rückseite kleben. Und auch hier verwende ich wieder mein Falzbein, um das Ganze gut festzustreichen und dafür ist es am besten, wenn ihr dieses Album wieder einmal komplett ausbreitet, so dass ihr wirklich unter euren Albumcoverseiten die Tischfläche habt und das Ganze dann wirklich feststreichen könnt. Und so klebe ich jetzt auch das Musterpapier B auf, also ich benutze auch wieder meinen Flüssigkleber und klebe das dann auf den Albumrücken, heißt es, glaube ich. Genau. Und auch hier achte ich wieder darauf, dass ich das gut in die Mitte klebe und vor allem wollt ihr jetzt, wenn ihr das so aufklebt, darauf achten, dass ihr nicht irgendwie über den Rand klebt. Deswegen falte ich mein Album jetzt hier auch nochmal zusammen, dann kann ich es einfach besser sehen und zur Not nochmal etwas nach links oder rechts verschieben. Wenn ihr euer Albumcover jetzt mit dem Musterpapier beklebt habt, ihr könnt hier natürlich jetzt auch hingehen und das alles noch dekorieren. Ich habe jetzt hier auch zum Demonstrieren einfach nur dieses einfache blaue Papier verwendet, weil ich dieses Album wahrscheinlich so als Musteralbum einfach behalten werde. Aber wenn ihr damit fertig seid, wollt ihr jetzt natürlich noch euer Geschenkband zum Verschluss hinzufügen. Dafür klappe ich mein Album wieder auf und dann messe ich an den Seiten links und rechts jeweils die Mitte von links und rechts aus und markiere das dann direkt auf dem Chipboard, also direkt neben diesem Cardstock-Rahmen. Und jetzt verwende ich zwei Ösen. Und zwar benutze ich hier gerne diese breiten Ösen. Ihr könntet aber auch eine ganz normale Öse benutzen. Und dann benutze ich auch noch meine Cropodile von ViaMakers. Also ihr braucht auf jeden Fall jetzt irgendein Ösenwerkzeug zum Setzen dieser Ösen. Mit dem Werkzeug müsst ihr dann zuerst an eurer Markierung lochen. Und zwar ist das diese größere Lochgröße, also zumindest wenn ihr auch die Cropodile benutzt, dann wollt ihr das größere von beiden Löchern verwenden. Danach werden die Ösen reingesteckt, und zwar so, dass ihr die schöne Seite der Öse natürlich auf dem Album Cover sehen könnt. Und dann könnt ihr das Ganze mit eurem Werkzeug festsetzen. Und das müssen wir dann selbstverständlich auch wieder auf beiden Seiten machen, das heißt einmal auf der Rückseite des Albums und einmal auf der Vorderseite. Dann braucht ihr das Band, das ihr für den Verschluss verwenden möchtet. Und zwar benutze ich jetzt hier so ein Stoffband, so ein Geschenkband. Und das knicke ich einmal in der Mitte um, damit ich es besser durch die Öse ziehen kann. Und zwar wollt ihr das von außen nach innen ziehen. Achtet darauf, dass das jetzt hier auch nicht verdreht ist, sondern wirklich gerade durchgezogen wurde. Und dann reiße ich mir einfach ein Stück breiteres Klebeband ab und klebe es direkt neben die Öse, also da, wo jetzt dieses Stück vom Geschenkband drüber hängt. Und dann könnt ihr das Ende des Geschenkbands ganz einfach auf das Klebeband festdrücken, also entfernt hier die Schutzfolie und drückt euer Geschenkband dann einfach auf dem Klebeband gut fest. Damit das Ganze aber noch besser hält und auch um die scharfe Rückseite der Öse so ein bisschen zu verdecken, verwende ich immer noch ein zweites Stück Klebeband, was etwas länger ist und klebe es dann über die Rückseite der Öse und auch über das Geschenkband und streiche das auch nochmal gut glatt. Wie ihr sehen könnt, habe ich mein Geschenkband noch gar nicht auf die richtige Länge zugeschnitten, sondern einfach an der Rolle quasi oder auf dieser Spule hier gelassen. Das mache ich jetzt und zwar habe ich so mit der Zeit herausgefunden, dass für mich die optimale Länge die Länge von ungefähr 30 cm bzw. 12 Inch ist. Und das ist auch super praktisch, weil ihr dann einfach die meisten Lineale benutzen könnt, die einfach neben euer Album legen könnt auf das Geschenkband und dann wirklich am Ende des Lineals abschneidet. Das gleiche müsst ihr dann für die Rückseite oder für die zweite Seite hier wiederholen. Also nehmt wieder euer Geschenkbandende, zieht das Ganze von außen nach innen durch die Öse, klebt ein Stück Tape unter das Ende des Geschenkbands und dann ein zweites Stück Tape über das Geschenkband und auch über die Rückseite der Öse. Und dann schneide ich mein Geschenkband auch hier wieder auf ungefähr 12 Inch zu. Es kann aber sein, wenn ihr euer Album gefüllt habt, dass ihr da nochmal ein Stück von dem vorderen Geschenkband am Ende abschneiden wollt, weil die Bänder dann ein bisschen ungleichmäßig lang sind, sobald das Album halt dicker wird. Was ich dann noch ganz gerne mache, ist, ich nehme hier ein Feuerzeug und schmelze dann die Enden des Geschenkbands so ein bisschen, damit das Geschenkband einfach nicht so aufribbelt, aufreißt. Ja, das sieht manchmal ein bisschen dunkel dann aus und gefällt nicht jedem. Deswegen, ich habe auch schon mal den Tipp bekommen, dass man stattdessen klaren Nagellack benutzen kann. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, aber es bestimmt auch eine sinnvolle Alternative. Mich stört es aber jetzt hier mit den Enden nicht. Wenn man das irgendwie vorsichtig macht, dann habe ich es eigentlich auch nicht so, dass man jetzt hier wirklich so einen schwarzen Rand hat. Und damit ist das Albumcover dann auch schon fertig. Natürlich müsst ihr noch die Innenseite des Covers mit Papier bekleben, aber das zeige ich euch, nachdem wir die Bindung in das Album geklebt haben. Also das werdet ihr in einem anderen Video sehen, weil ihr erst die Bindung aufkleben müsst, bevor ihr die Innenseiten des Albums bedecken könnt. Und natürlich würdet ihr jetzt an dieser Stelle auch euer Albumcover noch weiter dekorieren, also zum Beispiel einen Rahmen aufkleben mit dem Titel für das Album, das mache ich immer ganz gerne, oder aber auch so einen Fensterrahmen aufkleben. Ihr könntet ein Shaker-Element hinzufügen oder das Ganze einfach mit vielen Stickern und Papieren dekorieren. Und damit würde ich das Video jetzt auch beenden. Ich hoffe natürlich, dass ihr dem Video gut folgen konntet und es für euch jetzt super einfach ist, euer eigenes Albumcover zu basteln. Falls ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben dalasst und euer Feedback in die Kommentare schreibt. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns in dem nächsten Video wiedersehen und im nächsten Schritt wollen wir jetzt natürlich die Bindung für das Album basteln und dann in das Albumcover einkleben. Falls ihr also direkt weiter basteln wollt, findet ihr das nächste Video jetzt hier unten rechts verlinkt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!